Was geht ab YouTube? Heute machen wir eine Album Reviews zum Album Machtwechsel von PA Sports Teil 2. Genau, hier ist das gute Stück. Alter, dieser Bandana sieht ja mega gefährlich aus. Also der PA, der Gangster mit seinem breiten Kreuz. Ne, also wirklich sehr geil, das Album. Das kam ja letztes Jahr raus. Life is Pain, Street Tape, genau. Und natürlich in Folie. Natürlich in Folie, weil so muss sein. Das will ich auch nicht auspacken. Ich will, dass es in einem sehr guten Zustand ist. Ich bin ja auch Sammler, ihr wisst ja. Auf jeden Fall die Trackliste, Intro, unter meinen Sharks, Double Time, Paywatch, Hintertür 109, Made in Germany für immer, Teufel Cup, Game 6, Deutschrap, Stories, Mitternacht und 40 Quadratmeter, genau. Ähm, ja. Das Album beinhaltet 14 Songs und ich muss sagen, alle Songs sind stark, wirklich. Also ich finde halt diesen einen Song, ich weiß jetzt nicht mehr welches das war. Ähm, Jakari-Feature fand ich echt nicht geil. Also PA sein Part ist geil, aber Jakari hätte echt nicht sein müssen. Ähm, er meinte ja auch, ja, eigentlich wäre ja Jakari nicht geplant gewesen, nur er selber hat von sich aus gesagt, ey komm, ich hab noch einen Part, den knallen wir da rein und äh, ja, es hätte echt nicht sein müssen. Also ich feiere Jakari persönlich gar nicht. Da bin ich auch ehrlich. Ich finde seine Stimme einfach nervig und ihn als Künstler, ja, einfach unsympathisch und ich feiere ihn einfach nicht, persönlich, meine Meinung. Und ja, äh, das Album kriegt aber desto trotz, ähm, eine 10 von 10, so. Okay komm, 9,5. Es hätte eine 10 von 10 bekommen, wenn die Jakari-Part nicht drauf wäre. Leider ist es drauf. Ähm, ja, 10, 9,5. So. Aber, ja, man kann auch 10 von 10 gegeben. So. Ähm, ja, ist wirklich ein sehr gelungenes Album. Ich finde es sogar stärker als der Vorgänger, also Teil 1. Ähm, ja. Es muss sich auf jeden Fall nicht verstecken und, ähm, ja, gut, die Länge eine halbe Stunde, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, halbe oder eine knappe Stunde. Ich weiß nicht mehr. Ähm, ja. Also die Länge ist einigermaßen in Ordnung. Ja, nicht wie andere Rapper, die ein Album rausbringt, was 10 Minuten geht. Heutzutage ist es ja leider Gottes normal. Deswegen feiere ich umso den Kolle. Der fallert ja eineinhalb Stunden. La Deutsche Vita ging wirklich eineinhalb Stunden und das kam einfach, wenn du es, wenn du dir das Album anhörst, das kommt einfach nicht so vor, als wenn es eineinhalb Stunden, weil es einfach geil ist. So. Kennt ihr? Man hört sich so ein Album und denkt sich, oh mein Gott, wann ist es endlich vorbei? Aber bei Kolle ist es jetzt nicht so. Also bei La Deutsche Vita. Aber anderes Thema, da, dazu kommt in Zukunft auch ein separates Video. Ja. Wann es kommt, weiß ich nicht, aber es kommt auf jeden Fall. Ihr seht ja, ich habe noch einige Kolle Alben, die auf jeden Fall eine Review erwarten wird. Ja. Und ja. Auf jeden Fall, ja, PS Sports, richtig geil. Ein Kolle Feature hätte ich mir auch hofft. So ein Kolles Song wäre auch mega geil gewesen. So, ähm, HSC, warte mal, HSCS, genau, HSCS, ähm, Teil 2. Ähm, ja, das wäre so geil gewesen, ne, weil Kolle und, äh, also PS Sports und Kolle auf einen Track wieder, das braucht Deutschrap. Ja, Mann, das wäre wieder ein lyrisches Massaker. Ähm, ja. Auf jeden Fall, ähm, schreibt mal in die Kommentare, wie euch Machtwechsel 2 gefallen hat und wie ihr persönlich den Jakari findet. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ähm, ja. Ja. Und was ihr halt vom Album, wie gesagt, erwartet habt. Und ob die Erwartung erfüllt wurde. Und ja. Das Geile ist, Machtwechsel 2, also höchstwahrscheinlich wird es uns irgendwann noch in Teil 3 erwarten. Ähm, hoffentlich dann auch besser und länger. Ja. Also das Album ist ja gut, aber, ja. Man hätte ein bisschen mehr erhofft. Ähm, ja. Das war's von mir, Leute. Lasst ein Like da, ein Abo und, ja, schreibt einen Kommentar, wie gesagt. Und ja. Das war's von mir. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut und Peace.